hier sind wir wieder bei my time als würmchen sammeln also hier sehen wir eine dicke rüstung die sich ja leider nicht auf der flucht befindet denn wir werden sie dort zum krieg nicht am blümchen das ist heute mittrage ich gegessen naja das ist komisch jetzt haben wir dann ein bisschen was ein gebrauch ressourcen jawohl denn wir wollen ja auch noch ein bisschen weiter kommen die muss ich schleppe ich das eigentlich nicht mehr rum naja muss noch mal sehen was habe ich da auch so schwer dann schüttelt ja überhaupt dabei macht ja keinen sinn eisenschwert und schüttelten müssen noch loswerden da kann man noch verkaufen und das ding muss noch bauen wir sehen hier noch weiter am sammeln sondern sondern machen hallo raus und hat von umschuhe eigentlich das ding ist das hier das sieht schon vom style schon wieder ganz anders aus ich mag ein schwert und schüttelten nicht sagen mehr als diese riesen schweren klopperdinger immer so da haben wir schon wieder was eingesammelt sehr schön sehr schön sehr schön nach dem duett herum hier haben wir noch mal was was haben wir hier fasern sagt da wir gerade welche verkaufen nehmen uns ziehen wir mit hier wird hier eigentlich kaputt machen eigentlich nicht so nehmt das hier schlange dinger braucht drei schuss dafür ein bisschen bisschen verschwendung aber dann ist ein dreck gemacht hier hallo bleibt noch mal stehen jetzt hier ausgehüpft mein freund so erledigt jetzt haben wir hier noch schönes da haben wir noch mal was das auch hart ja sehr schön das ist immer ganz nützlich das nehmen wir auch noch mit wir wollen ja auch noch mal auf stufe 70 kommen dann können wir auch noch mal eine tolle Waffe ich war irgendwann doch mal für irgendwas mein gott ist das ist der einzige plage hier gibt es ja gar nicht wir brauchen verstärkung so wir kommen dann hier den joker der wo ist unser lehrling der muss ich jetzt mal ein bisschen so mein freund wir brauchen hilfe so kommen hier dann muss ich aber aufräumen hier hüpft mir zu viel zeug rum eben dies schlange ding moment in dem später dass ich muss nachladen hallo ja mit diesem widerlichen unhygienischen zeug auf spritzt er mich an hier ist ja widerlich tut doch mal einer was hier ist auch noch einer joker der gegner ist da drüben naja gut er hat mit der brille ist er zwei brillen ist ein bisschen schwierig so wenn im blatt jetzt eben schifting so ausgehüpft mein freund ausgehüpft das genau wie du so und das war's und so kann man ja auch sag so willst du jetzt nicht sammeln hier gerade joker du bist und so gewinnen anstoß nicht blümchen der schlange du dödel mein gott sieht doch mal die brille aus der mich gehauen jetzt sind kurzsichtig kommen die dickes zu nehmen auch noch mit früher mit sie hallo kann man kann so lieber treffen jetzt herr gott das ist immer diese lehrlinge praktikanten ist immer so ist schon wieder ein kannst du dir jetzt war hallo ist jetzt mal gut doch jetzt mache ich doch endlich einmal nur mein gott du musst du anpusten dann weg nicht blümchen ist entgegen sind noch die brillen endlich ab der sieht nichts dass das blind er kennt sie wasser macht ihr mal weiter jetzt weil ich nehme hier noch haben die gerüstung mit können wir mal gut gebrauchen köder ich glaube die schlange bringt mit einem lebenspunkt er noch zu kommen und umgekehrt so sagt du mein ding der hier ja ja genau so kommt mit blümchen können den fertig machen jetzt schränke ich mal an joker mein gott hat das gedauert na gut kristalle sehr gut das ab und gebrauchen naja ja 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 das können wir noch an werden hier ohne zeug sehr schön da sehr viele achat diesmal hier so ein paar kollegen hier sehr schön geht doch wo macht man das joker du hast keine tinte aber irgendwie wird er wohl irgendwelche kraft haben mein gott das ist ja hier oben ist eine gerüstung so ungewöhnlich so immer noch mal fahre sagen ja schön aus dem aus dem haus da haben wir noch mal was ist doch hier die ruse maria und ich habe die früher mal gesucht die dinge waren zu wenig da jetzt im überfluss hier haben auch die drop rate hier ein bisschen erhöht von den dingern war einfach immer zu wenig was du da immer kalt stein braucht es und dann hast du da nie gekriegt hier so haben wir die mittel stellen und reicht schon sagt auch weg so wie den schlangen jetzt haben sich alle verkrümmelt oder was den die goldene rübe hier weil ich will anfangen hier noch ein bisschen zeug ja noch mal gebrauchen da ist wieder eine hüpfelschlange traut sich noch mal raus hier und ergeben dass er mal kommt joker jetzt zeigen sie jetzt noch mal so erst mal ich und den rest machst du traurig joker du schaffst das vor sie mich wieder haut hilfe du fährst du vier beinern schneller liebchen ist kommt runter also kann jetzt mal jemand die schlange da beseitigen jetzt jetzt greift ihr an joker ja jetzt stufe 38 das hat sich doch voll gelohnt hier meine nerven näher hat sich nicht ist ja noch dazu jetzt noch erlernt noch schaut man hier nicht rein kann warum kann man nicht rein ist doch doof wir haben noch hier ein gebiet dahinter gut dann ja weiter wir wieder in den regenbogen unser kleines wunderland die wahlblümchen wo ist er denn jetzt hinten so nehmen wir mal ein taxi zurück da dauern wir zu lang hier schon wieder 17 uhr und so zack was haben wir denn noch und schon läuft da rum ok das ist mir das ist mir wurscht so wunderbar so dankeschön nachverkehr ist echt ein drama darauf angewiesen ist hier herrke hin und schon schnappen uns jetzt auch noch auf 6 uhr tschüss fred also was das bedeuten so ein kaos ist kauter mark oder was soll das muss ich nicht auf cowboy machen nur wenn du so halbwegs jahre aussiehst so bin ich schon wieder komplett weg aber ich weiß auch niemanden ganz machen macht die frische hier so laut ich weiß noch nicht rein oder so aber zu machen ja wie wir es an einem schönen kuchen ja nicht so geil aber ich war ihr trocken was recht doch nichts gut stehen ein zweimal in die stadt autorist und tourist ja nicht dagegen fahren reiten so gracie ja es ist fröhlich war archäologie und komplexe dinge also mord und folter und attentate ok hat man so lernt auf der uni auch mal wenigstens benützliche sachen ist ja auch gut jane was hast du gelernt auf der uni jane in die bibliothek gehen ja und die alte stücke lesen so wir sollten mal hier uns aufführen menschen das machen wir selber eins tuli macht die frisur die sieht immer noch skandalös aus da ist ein klepp und kopf auf den schultern ja aber und schon habe ich die zweifel dass er überhaupt noch da sitzt ok dann haben wir jetzt noch mal ausliefern ach so wie wie da müssen wir oder müssen wir noch mal hin weil ich jetzt gar nicht hey johnson eisenwaren und so ich super gering super ding ok na gut ich habe noch was verkaufen können ist ja auch gut so freunde heidi ist das hier das schmecken kinder so hier sind noch eine verbundfasern lecker lecker schön hier kann man hier noch mal was verzieren hier sehr schön wunderbar hier alter fernseher funktioniert eh nicht weg mit dem scheiß jawohl das wird alles entsorgt das wird euch schmecken freunde tschüssi wie wieder ist eh nichts zu sehen geh weiter so wunderbar das ist ein trock du sitzt um 18 Uhr beim frühstück beim abendbrot und kommt an einer kettensäge vorbei ja spritzt die sofas mit hinterfolge sie sind bei dir aus immer noch die nase rot ich mag dich fast so sehr wie das licht ich muss das einfach auf diese weise sagen uns gibt es im gegenseit ein großes komisches nachspiel für mich kam ich meine komisch war er aber nein du kriegst das zeug nicht hör auf ist mir zu teuer wow dieses tier folgt den menschen aus reinem herzen ich denke dieses tier folgt definitiv aus reinem herzen hat aber wenn du meinst aber gut habe ich so meine zweifel ja es stimmt was nicht du sagst du was selber das müssen problematisch machen wir eigentlich so ein staub und wir doch eigentlich nur auf gras laufen nein trete es ist nicht so dass ich andere kinder nicht mag ich mag es einfach nicht wenn sie so laut sind ganzer vater ja das verstehe ich mein freund ja ich bin ja auch unmöglich sowas was ich grundsätzlich bis 14 schnummer tragen mit ja auch nicht so laut sind die kinder so sagt wunderbar mal wieder alles für zeug ach du guck mir meine roboter und schon wieder relikte machen das kann ich mir hin mit den dingern ok ich dachte wir noch mal ein satellitmodell ok vielleicht immer die rostige roboter und das ding ist ja auch noch hier moment hier unten raumanzug oder ich gar nichts von die rüstung komischerweise von denen gar nichts der rostige roboter guck dir das an teil 3 kriegst du 41 mal gefunden und den rest ab und zu malen das gar nicht das ist auch immer interessant so machen wir halt diesen satelliten auch noch können wir wieder ski schenken oder so naja was solls so haben wir hier noch irgendwas interessantes platten mit zeug und holzbrettchen äh das ist alles heidi und hier noch mal was war mir zu gierig ja ich weiß wir können nicht so viele aufträge machen hey benjo tust du das unschuldig du bist unschuldig das glaubt dir niemand aber ok so Sandy komm wieder rein ich hoffe dass ich mit den lauten kindern nicht abgegeben der nachbarschaft pfui so gucken wir mal was unser kleine wendy macht so schafft die mama hat sich schön um sie gekümmert da ist sie ja so was ist hier passiert kein unfall alles ok dein pa ja das ist wahnsinn ok so was haben wir hier wendy wie siehts aus von dir hm 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 war gut ok ja das ist irgendwie dieselbe kombination aber ok was können wir dir den schönen Schenken hm helft sich aufs Leben vorbereiten so ein bisschen ja wie jagt man mich natürlich wenn du groß und stark wärs jam 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 äh ohne alkohol natürlich alkoholfrei ja so sollte das sein äh so ja ist auch normal dass hier eine Hyäne durch die Bude läuft gehen wir wieder nach hause das ist Sandrock Dinosaurier am Bett Kettensägen Jan sollte dich beim Essen stören ja wunderbar Sandy was stehst du jetzt da rum wir haben oben ein Spielzimmer Mensch wir kannst mal Joggen spielen wir haben Spielautomaten Gamer Seed wir hätten natürlich noch ein bisschen LED Beleuchtung wenn wir mehr FPS haben ach Kinder ich denke ich kann diesen Ventilator mal anmachen hm geht irgendwie auch nie da drauf klettern sehr dämliche Anschaltung mit dem Ding hm das ist auch immer ja ok gut lassen wir das so es ist noch nicht im Bett hier haben wir noch ein bisschen früh hier noch Klamotten das Stützer T-Shirt das habe ich aber auch sehr lange gehabt das hat auch gute Werte am Anfang gehabt vom Spiel her flammend flammend ja wir lassen jetzt mal unser Frühlingslook hier sag ich mal können wir natürlich mal den Umhang austauschen so was haben wir denn hier zack hm ein grünes Läppchen ja das ist so geil oder den mit den beiden Augen drauf hm ich habe noch eine Adlerflöte ok hm das ist das was ich weiß es war noch auf dem Sitz entschuldigung wenn ich da nochmal reingucken leichtes Abenteurer Abenteurer hm Abenteurer hm leichtes Abenteurer hm das ist schon zwar unterschiedlich ja eigentlich wieder ne und so viel ist ja nie hm was machst du denn hier drin kriegt ja immer einen Schreck weil er denkt ja immer jetzt Britta ist ja gleich da muss er umzubringen hm was macht er hier in der Bude da kann ich es zeigen wenn ein Blümchen plötzlich im Schlafzimmer steht ok naja gut ist ja nicht ich dachte auch schon mal wird mit Kevin geklutscht aber gut kann alles was hier in den Sandrock so Joker ok ich krieg dir sich immer zum Pennen hin die anderen hier haben irgendwie nie so Bock ok jetzt hört ihr da irgendwie Satelliten empfangen naja gut die anderen hier wieder alle sind was grün Mensch naja hm wo haben wir denn die hier oder was was ist das was ist das das unvollständige Jagdmüllset jade 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 hab ich das andere Teil jemals bekommen ich hab da meine Zweifel langsam hm was könnte man denn hier nochmal machen das sind die Dinosaurier-Sachen so Wüstenkämpferdingens was ein dicker magisches Abenteurer drittel ok stufe 35 magisches Abenteurer Unterteil da war der Abenteurer hat ein anderes Unterteil als oben Abenteurer Oberteil ja und magische Abenteurer Stiefel hm hab ich schon mal jemals gemacht die Dinger eigentlich glaub nicht ne hab ich die gebraucht ach Farbe muss ich mal kaufen stimmt jetzt wo es mir äh ja fällt mir jetzt die Schuppen von den Augen ok stimmt gut ich könnte immer nochmal gehörteres Leder machen und wenn wir eh brauchen dann können wir mal auch wieder was machen ja Farbe bräuchte ich hm ich weiß es der es jetzt noch auf hat ach Burgess nervt hier ne der hat schon der hat den Laden schon nicht gemacht mein Gott statt er hier mit 24 Stunden am Tag auf hat da könnte man richtig was verdienen ne diese Kaufleute hier in Sandtronik sind so kurzsichtig na gut dann äh ja jetzt hänge ich hier fest ich will nur eins sagen also ich komme so ups wenn ich den Weg finde wo bin ich denn jetzt hier das ist doch mein Haus ne wo geht es hier lang mein Dach ne ach ist hier mi 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 ist immer so verwirrend ups ups ok jo guten Morgen liebe Sorgen Sandtronik ist schon da geht schon wieder los Sandy dein Schwester ruft kümmere dich um sie guten Morgen allerseits ja das bringt mir jetzt nichts hier die Windeln sind voll das das essen uns alle was auch immer Handyempfang ist schlecht was ist los hm bitteschön ja 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 ok na gut ist hier zufrieden wunderbar ok so wir müssen nochmal unsere Beziehung stärken äh was haben wir hier ein Zinnfrosch das ist doch mal für dich oder siehste mal wago das heißt bestimmt hey sieh du stehst an unserer Tochter weiß nicht ob das so gut ist wir müssen den Jugendan Namen rufen hier geht das nicht so weiter ei 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 ok wir hier alles brauchen und Sandtroniken Psychologen vor allem ähm so was ist hier los ähm was was ihr wisst mir was für ein Wunsch aufgewacht das Wetter ist schön und ich habe mich gefragt ob ich Lust habe ja ich bin hier auch Freunde aber ich gehe wieder nach Hause das bringt jetzt hier nichts apropos ich brauche Farbe äh ich brauche jetzt laufen ah kann auch laufen wahl Mira schön dich zu sehen wenigstens hier Sonnenschutzmittel äh ja ja das glaube ich hier sogar kannst du mit Burgess teilen immer noch eine Rote Nase ich denke mal ich könnte es eventuell sogar dabei haben gerade weil äh normalerweise habe ich das immer dabei aber ach hier nehmen wir mal aufs Leben geht auch ja das muss doch nicht rum plus drei geht auch so ob dann wird es im Gesicht geschmiert so avio ich ich mach mal gar nicht Umsatz du brauchst gar nicht dabei zu sein hey Grace ach hier der Feiner Ernest hallöchen was ist hier los hier oi 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 ja dankeschön holle kohle wunderbar so geht er waaa das jahre jagd meld oberteil ich werde bekloppt nach 78.000 folgen endlich das jahre jagd meld oberteil alle meine wünsche sind erfüllt ich alles habe gesehen sein drück ist der ende das war es oh mein gott ich habe sogar noch rabatt jetzt ist maria 4770 boah boah und ich habe schon rabatt hier wie teuer ist das meine fresse ok aber gut geil ja damit ja aber jetzt das spielobstürze das ist alles weg dann tatsächlich alles ja das ist ja das ist also moment freundschüsse juhu 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 tschuldigung muss nachladen ja wahnsinn wahnsinn ja fahrbar bräuchten auch trotz allem obwohl ich gerade wenn ich verspritzt hab juhu juhu und was schmeiße ich da jetzt gerade weh kannst nicht fangen ne sheriff du kannst den sheriff nicht fangen schade was gewesen mensch hat jetzt davon richtig guten preis heute einmal das farbe ist verdammte farbe die farbe hast du drei warum nur drei was das in laden hier saftladen nicht so da wir gehen jetzt haben hier salz gebrauchen hier zeug ich soja pampel kaufen das alte geschäft eines lebens die letzten 6000 milch angepackt oder irgendwie sort hier noch rechtlich was ich habe noch ein geliecki beutel ja ja ich habe auch kein mensch hier bitteschön sagt schon hier auch da ging es um so gutes geschäft mein freund so läuft das so avio kann sich jetzt ein kardio leisten und so was sehr schön also auch der ziege wahrscheinlich fängt jetzt die schule an ok jetzt hier was babelow babelow hat eine wunsch so aus dem neues aftershave oder was ist los neuer tee da bist du ja frede geht es dir ich kann einfach nicht selbst sein ohne ein jagdmannhorn kampf rät du verstehst das oder bitte kannst du so etwas besorgen ja ohne kampf kann ich auch selten aufstehen ich weiß gar nicht wie aus dem bett komme ok ok jetzt kriegt er den ventilator ja gut dann wir an jagdmann ist kein problem so wenn wir es zurück in den jahren wir haben man kann ja alles haben juhu in dem busch ok super jetzt ist man sogar gerne hast du jetzt keine von der farm ab hausdauer spiegel und l7 nicht da stehen bleiben sonst bin ich alleine ziehen so wunderbar auch das haben wir jetzt echt knapp er sie vielleicht hat es vergessen dass die gleise liegen ok es wird schwierig ich weiß nicht ob wir dann noch machen sollen das ist irgendwie schwierig ok so kann man noch was hier nebenbei machen drei bratwannen bringt ihnen am meisten mal wieder die holzstöckchen tonnen an holzstöckchen habe ich schon an ohne lieferte misst ein komplett sechs stöckiges gebäudemittel haben was er sich da nicht bauen könnte ok vielleicht braucht was schatten ich weiß nicht so wir können zwar vollständigen endlich so das wollte ich ja nicht nur ich wollte das ding hier komplett stehen haben und das war es eigentlich so natürlich nicht nein so endlich haben wir es zusammen ich habe ich glaube das sieht auch interessant aus wie sind immer kandidier der torero und das komplette das hat ja und für das sind schlecht und typisch so jahre farben turkis grün ein bisschen ja vorgleich hier so der umhang passt jetzt nicht so ganz aber ok das sollte jetzt das gewisse problem ich klick darauf und es passiert das sollte jetzt geringste problem sein und müssen wir gegen irgendetwas anderes ausdeutschen hier noch eigentlich gelb ja passt vielleicht auch irgendwie das ist so läppchen ja komm lass mir leben machen bis wir was grünes gefunden haben passt zumindest irgendwie zu dem püschel auf dem kopf ja wir haben endlich das set vollständig juhu wahnsinn dass ich das neu erleben darf so mehr kann uns kaum noch jemand bieten hier außer uns geht unsere spritzpistole aus so vielen dank was zuschauen bis zum nächsten mal und bei bei schweizig kann so 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 so